Ich bin heute bei der Firma CAD plus D. Guten Tag Frau Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen. Es freut mich, dass wir Sie heute bei uns durchs Haus führen dürfen. Danke, gerne. Bitte. CAD und D ist ein Familienunternehmen in Ansfelden. Uns gibt es seit 1990 und sind seit über 30 Jahren international tätig. Wir erzeugen Software für Möbelhersteller. Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu befähigen, individuelle Möbel zu ähnlichen Preisen wie Serienmöbel zu erzeugen. Dies ist möglich aufgrund der guten Ausbildung unserer Mitarbeiter in Österreich. Wir tragen dieses Wissen in die weite Welt hinaus, von Arabien über Australien, Südafrika, Nordamerika. Dies macht uns erfolgreich. Unsere hochmodernen Seminarräume stehen zur Vermietung zur Verfügung. Wir sind ein wachsendes Familienunternehmen mit Sitz in Ansfelden und suchen immer wieder Verstärkung für unsere Märkte international von Ansfelden aus. Möchtest auch du zu einem jungen dynamischen Team gehören, dann melde dich heute bei uns www.kznt-solutions.com